Hallo und herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für heute? Das ist einfach, genieße mal den Tag. Versuche dein Handy meinetwegen nur einmal früh bis 8 Uhr anzumachen, dann wieder einmal mittags und einmal abends und in der Zwischenzeit zumindest den Datenmodus und WLAN auszuschalten, damit du dich auf den Tag, auf deine Umgebung, auf die Menschen konzentrieren kannst. Genieße mal den Weg zur Arbeit, achte auf die Natur, achte auf deine Umgebung. Wenn du sehen kannst, dass du was tun kannst an dem Tag, dann mach es einfach und versuch dich wenigstens mal einen Tag lang, dich so wenig wie möglich durch die virtuelle Welt und dein Smartphone ablenken zu lassen. Das Zweite ist, was noch dazu gehört ist, genieße auch mal den Moment, den Augenblick und so weiter. Wenn du das nächste Mal eine tolle Veranstaltung hast, ein tolles Event, versuch das nicht alles auf Fotos festzuhalten. Wenn du mal wieder da sitzt und einen Sonnenuntergang siehst, genieße einfach den Sonnenuntergang und versuche ihn nicht zu fotografieren. Und dann vergleich mal im Nachhinein, wie war dein Gefühl, die Lebensqualität von der Zeit und wenn es dir gefallen hat, versuch das öfter mal in dein Leben einzubauen. Also vielen Dank und eine schöne Adventszeit noch. Ciao.